Vorschlag Stenno und Machinema auf WirtLantis in Form eines Stenno-Films. Liebe Martina, liebe Kipp, liebe Freundinnen von Second Life Open Sim, offener Kultur im Allgemein und Freundinnen der Sprach-Lerngemeinschaft WirtLantis. Ich bin sehr glücklich, dass ihr Kreativ Stenno in einem Gemeinschaftskontext zu schätzen wisst. Somit fühle ich mich frei, euch zu fragen, ob jemand dieses Posting, sobald es in ein Stenno-Video auf YouTube umgewandelt ist, nach WirtLantis einströmen zu lassen und anschließend auf YouTube als Machinema hochladen möchte. Ihr könnt es frei kannibalisieren, in Anführungsstrichen. Das heißt, derivativ bearbeiten. Da es unter der Kreativ-Commons-Lizenz Sissi Weißer kommt, wie auch die Inhalte der Wikipedia. Alles Beste allen, Friedemar! Dreh-Commons-Lizenz Sissi Weißer Dreh-Commons-Lizenz Sissi Weißer